Hallo, heute Teil 2 Endres gegen alle. Nachdem ich in der ersten Ausgabe in Bitsi gedemütigt habe, traut sich heute der Sinan Akdak gegen mich anzutreten. Hallo Sinan, Servus. Wie ihr seht, sind wir schon gut vorbereitet. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, FIFA 2016 in der SAP Arena auf dem Video würfeln. Viel Spaß. Hat auf den Kopf gefallen. Herzlich Willkommen aus der Allianz Arena, wo die heutige Partie ausgetragen wird. So geht es die Bayern an, hauen heute an. Sie spielen hier in Rheinland. Hast du Anstoß schon? Ne, ich habe Anstoß. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Willst du hier kurz einspielen, oder soll man gleich loslegen? Gleich loslegen, oder? Seine Abschlob. Boah! Gämma, gämma, gämma. Gala, gala. Gäste, da. Dann läuft er einfach durch. Dann hopp. Jetzt wird es gefährlich. Oh. Und der Schiff blockt der Weg. Miller kann es lieber anspielen. Und Tor! Irgendwas ist nur ein Einstürmer. Ja, scheiße. Der zeigt auch, warum er zu den besten Schümern weltweit gewinnt. Er läuft einfach durch. Oh, faul! Schneider! Da fällt mir das Tor aus. Aber warum nicht mal ohne? Das war der einzige Tor. Das war knapp. Das war echt knapp. FC Bayern! Tor! 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 Am nächsten Mal kriegst du dich. Hier! Schäufe! Ja gut. War schön, war schön. Schäufe! Unfall! Ich habe keine Ahnung, wenn ich es wüsste, müsste ich es auch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es wüsste. Wie geht das jetzt hier? Was muss ich machen? Wenn der Balken auf rot ist, schießen. Alter! Da hätte ich still bleiben müssen. Boah, Tengis. Boah, Tengis. Boah, Latte. Bitte, Latte. Nein. Das könnte die Gewinne geben. Nein! Wie ist der? Was macht der? Schüsse. 10-4. 4-4-2 gemacht. Nach vorne, oder was? Total aufdrehen. Ich kann sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Wie steht das hier? Konter läuft. Konter in der Alianz Arena, sieht man auch nicht aus. Konter in der Alianz Arena. Wie? Von dem Winxel. War echt schön gespielt. Ein Steilpass, Flanke. Ja, sehr schön. Oh-oh. Er schießt! Ecke. Oh! Sauber! Kommt doch nicht mehr hin. Da läuft es um die Brüte. Ja. Boah! Ecke. Ecke. Für mich war es schön. Sinan ist leider ein bisschen enttäuscht, aber jeder fängt klein an. FC Bayern 4, Galataserei 0. Das heißt, Sinan hat verloren. Ich gewonnen. Das ist am besten. Gewinn ist am besten. Was du bist. Und als Strafe habe ich mir etwas Gutes überlegt. Ich werde dir ein schönes Titelbild erstellen. Für deine Sinan Aktak Fanpage. Und das muss dann eine oder zwei Wochen. Da freuen sich meine Fans. Eine Woche stehen lassen. Das ist asozial. So und jetzt könnt ihr wirklich mal auf Sinans Seite klicken. Sinan Aktak. Ja, klick, schaut einfach mein Profil an. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es. Sinan bestimmt auch. Nein. Am Trikot müssen wir noch arbeiten. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.